Moin Kanna, Moin Riggi, Moin, Moin alle gut, ich seh'n der Riggi. Sag' Riggi, es wollte Kanna ein Geschicht vom Kläschen spielen. Moin Kanna, ich seh'n der Kläschen geschoen. Juppi, ich seh'n so froh mit dem Kläschen. Ja Riggi, weißt du, der Kläschen ist froh mit dem alten Kanna. Moin, ich seh'n der Kanna, dann ist der Kläschen froh mit mir. So, wie hast du denn noch, wie der Kläschen ausgesagt? Oh, nee, Kanna, könnt ihr mal helfen? Feige seh'n der Kläschen aus. Ah ja, der Kläschen ist rot. Ja, weißt du, Riggi, der Kläschen hat einen schönen roten Mantel an. Und was hat ihn danach an? Oh, erinnert den Mantel, der hat den ... Ah ja, der weißen Rack. Richtig. Aber was hat den Oven am Kopf? Oh, Kanna, was hat den Oven am Kopf? Ah ja, der roten Hut. Ja, Riggi, der Kläschen hat den roten Hut. Aber weißt du, der hat ihn ganz extra neu. Vor dem Urlaub kann er das wissen. Oh, kann er? Für sie, wie der Kläschen sein Hut noch ist. Wie? Ah ja, ein Mitra. Gut, Riggi, der Kläschen hat einen Mitra am Kopf mit einem goldenen Kreuz dran. Weil, weißt du, der Kläschen, das war immer schauf. Oh, und ihn hat für ihn ganz, ganz lange Zeit gelieft. Und der Kläschen war immer so froh mit den Kanäern. Er hat ihnen immer Gerebs geschenkt. Und er hat auch den armen Leute Gerebs geschenkt. Oh ja, die Kläschen hat so lief. Und die Kläschen hände die Mitra an von den Fest aus. Ja, an den Kloster. Und er hat sie fast. Ja, Riggi, dass er sich schenkt, kann er fast. Und dann wird der Kläschen sein Mitra an, für sie schenkt zu machen. So, der Kläschen hat auch einer eine besondere Hand. Ähm... Na, E-Bengel! Ja, mit E-Bengel hat einer ihn extra neu. Oh, wie ist das denn? Ah, merci, Canna! Äh... Ich sterf! Ja! Der Kläschen hat den goldenen Staf an der Hand. Da hat er so wie Bengel den Uwe gedreht. Da kann der Kläschen sich drauf steuern, wenn er geht. Und er sagt, schön aus, damat! So, aber was tut ihn dann heuer am Gesicht? Ähm... Ah ja! Ähm... E-Bert! Äh... E-Weiße Bert! Ja! Der Kläschen ist schon ganz äl. Und dann kriegt er den weissen Bär. Oh ja! Der Kläschen ist ganz, ganz äl. Und er fühlt ihn nicht ganz, ganz langen weissen Bär. Ja! So, Riggi, wenn du willst, da kannst du nur die Geschichte von Kläschen mal gucken. Oh ja! Ich frier mich! Aber dann musst du dich auf den Stuhl sitzen gehen. Ja! Ah! Ich kann ja! Hilf dir mal zu jedem! Bei drei sprangen es! Eind! Zwei! Drei! Hoppla! So! Hi! 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 Komplik! Riggi! Was du prä? Ja ja ja. Ich sie prä. Da spitzt den Ohren und der großop... Da geht es lass! Ja! Kanna sieht hier auch prä? Gut. Da geht es lass! Et Wohribol, für was die Tage verheircht. Moin, Kanna. Es sind Martin. Moin, Martin. An es ist Lizzie. Moin, alle gut. So, Martin. Ja? Weisst du, was Mama mir gesund hat? Nee. Mama sagt, wenn es halt ganz lieb ist. Martin, an mich gut druck ihn. Dann dir wüsst du nur mit mir schlapp stellen. Moin, was mich doch Mama mit mir schlapp? Moin, nein, Martin. Da könnte Gläschen. Moin, was mich doch an den Gläschen mit mir schlapp? Moin, Martin. Die lebt mir etwas Gutes an meinen schlapp. Was das für Urkana? Ho, ho, hat der Gläschen. Er ist auch schon etwas an den schlapp gelöst. Ho, ho, oh, Lizzie. Komm, wir probieren das doch. Ma, ja, Martin. Komm, wir gehen in eine schlappe Sische. An da sitzen wir dich doch auf den Tappi. An da könnte Gläschen. Juhu. Da könnte Gläschen. Da könnte Gläschen. Komm, wir gehen sie ja. Ja, Martin. Komm, wir gehen. Gut, kann er. Ich bin mein schlapp schon von. Hi, du sitzt nicht dich. Hi, Hina. Hi. An da könnte Gläschen. Martin, findest du den schlapp? Oh, ich weiß nicht. Martin, den schlapp. Ich bin nicht gerne. Aber wenn du nicht fandest, dann könnte Gläschen. Ich bin nicht mehr. Weil ich schon so fand. Hi. Martin, findest du den schlapp? Oh, ich weiß nicht, wo mein schlapp ist. Ich hatte schon lange nicht mehr. Schlapp, wo bist du? Oh, schlapp, 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 schlapp. Oh, ich fangen sie nicht. Mama, weißt du, wo mein schlapp ist? Mama, Martin, hi, hast du, jo. Oh, merci, Mama. Genau, ich habe mein schlapp gefunden. Mama hat sie gefunden. Weißt du, wo sie war? Ah, ich hatte gestern mit dem Lego gespielt. Und du warst schlapp mit dem Lego am Küst geflogen. Aber Mama hat sie gefunden. Hei, lohen ist auch mein schlapp gestalt. Look at die Gläschen. Look at die Gläschen. Ich gehe sehr an das Bett, kann er, gell? Ja, ich muss noch schlafen gehen. So, an die Login schlafen. Hei, kann er. Hei, das ist mein Bett. Hei, ist sie so froh? Hei, lohen ist die Gläschen. Hei, lohen ist die Gläschen. Hei, gut, nur ich kann er. Schlafen gut. Hei, ich muss schlafen. Hei, ich kann nicht schlafen. Hei, wo ist mein Patsi? Aber wann ich mein Patsi nicht tun? Da kann ich nicht schlafen. Warte, ich gucke mal. Patsi, wo bist du? Oh, ich weiß nicht, wo mein Patsi ist. Lissi, weißt du, wo mein Patsi ist? Nee, Martin, was schlafen, Gär? Ja, schlafen noch, Gär. Und vielleicht ist er bei dir am Bett? Oh, du weißt sie noch nicht. Warte, ich gehe mal gucken. Patsi, wo baust du? Oh, er ist nicht an der Küche. Er ist nicht an der Stuf. Mama, willst du, wo mein Patsi ist? Ja, Martin, hei, hast du ja. Oh, er ist nicht an der Küche. Kann er? Mama, wo hat mein Patsi gefunden? Wissst du, wo er war? Ich habe gestern, ist in den frischen Pijama und da. Und wo war der Pijama? Man hat die Faschmaschine geflogen. Äh, pardon, der Patsi. Er war in meiner Box hängen geblieben. Hier war sie schön, Papa. Ah, Patsi, ich muss drei Personen. Ich habe meine Schlappgestalt. Hier könnte Klaaschen. Mein Martin, der schläft da. Das könnte Klaaschen nicht. Ja, ich gehe mal, mein Patsi. Oh, sie ist so abgericht. Hm, Patsi, wo könnte Klaaschen? Oh, ich kann ja. Ah, schon eine gute Idee. Ei, ich kiffe kein Gesinn von der Klaaschen, mir ein besonderes Schlapplid. Was da werde ich machen? Ei, ich lebe mich am Bett und ich mache dann so. Aber ich schlafe nicht. Ich mache nicht mehr so wie wann. Aber wenn der Klaaschen kommt, dann losse ich. Ja, so mache ich es. Nee, Martin, du musst richtig schlafen, sonst könnte Klaaschen nicht. Da geht keiner. Oh, ich kann nicht schlafen. Sie ist so abgericht. Oh, da könnte Klaaschen. Ich mache nicht mehr so abgericht. Dann mache ich es. Komm, ich sage, da ich schlafe nicht. Schlafe, Martin, schlafe. Dein Mama, deit schu. Dein Papa, röse, wie machst du ja? Pflänenruf, klein, wie machst du ja? Schlafe, Martin, schlafe. Pflänenruf, klein, schlafe. Heulei. Das ist schon Zeit für bald Klaaschen zu tun. Oh, da muss ich mich einfach ruhig auf die Fee warten. Möje, Klaaschen. Ich sind der Gläschen. Ich komme bald Lissi, Arbeit macht die. Hust es sich gut drucken. Ah, da sind ich aber froh, weil ich sind so froh mit der Kanne. So, bleiben sie dann auch schon am Bett? Hm, ich muss gucken, weil ich komme nicht mehr bei Kanne, die am Bett leihen und sie fest schlafen. Dann gehen ich mal bei Lissi gucken. Ja, Lissi schläft ganz fest und hat dringend von mir, ich merke das. Und Martin? Ja, Martin schläft doch ganz fest, aber hat dringend von mir. Hi, sie ruhe jo ihr Schlappgestalt. Hm, soll ich ihnen etwas Gutes dran machen? Da rufe ich mein Erselchen. Erselchen, komm, komm, ich brauche den Hölf. Fester Kanne, den Erselchen, den Hölf mir, die schwere Sarg drohen. Weil ich packen, wird alles erlenkt. Da komm, Erselchen, komm, komm. Komm, wir müssen uns trommeln. Da komm. Da komm, so war es nicht gut. Da komm, Herr Gute. Komm, dreh dich schnell. Ah, das ist gut. Komm, bleib steuer. So, oh, ich gues ihnen, du hast die Kichelchen, ma brust. Da wer, da merchen wir, da macht ihn die Kichelchen an Schlapp. So, oh, du hast die Kichelchen, da hast du die Kichelchen an Schlapp. So, so, sagt Kanne, wo dir ich da noch gut rumgehen? Da komm, da komm, da kommen die Kichelchen an Schlapp und da meine ich, ich habe etwas Gutes an Schlapp. So, Erselchen, komm, noch geh mal. Weil sie noch viel Anerkanner die Hölf hier schlapp gestattet hat. Auf der Kichelchen, bis sie an der Kichelchen. Da komm, Erselchen, komm. Da komm. Ah, so was it good. Adi, Leif, Kanne. Da komm. Ah, 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 ah. Hi, das ist schon hell. Martin, absto, das ist schon morgen. Oh, morgen, Lizzie. Oh, so Martin, er ist schon vom Kieschen gedreht. Oh, oh, ist aber nicht. Kanne, wo wird der Kieschen kommen? Juhu, der Kieschen, wer kommt. Lizzie, komm, ich gehe sie hier gucken. Ja, sind in der Woche gespannt, ob er ein Säppes an Schlapp ruhig tut. Juhu. Wow, oh, wie hunderte es an Schlapp kriegt. Juhu. Wow. Hey, Martin, guck. Ich krufe die Kieschen. Hm, die riecht so gut. Merci, liebe Gläschen. Hm, die nur nicht gern. Hey, hey, kann er guck. Ich krufe doch die Kieschen an Schlapp. Hey, Lizzie, das ist der selbe Stiff wie dein. Hi. Merci, liebe Gläschen. Lizzie, komm, wir gehen dem Gläschen rup und Lied sangen. Kanne, die helft euch so, gell? Für das Gläschen alles gut her. Ja, komm, wir gehen. Ja, Martin. Wir gehen den Lied sangen. Juhu. Ja. So, Martin, da komm, wir sangen, Loh. Ha, merci, kann er, wann der reißer läuft. Leve Gläschen, gute Gläschen, bring uns Sachen allerhand. Für zu gucken, für zu schmecken aus dem schönen Himmelsland. Bei der Dier, du, stehen uns Tellerin, bei ihr nennen Engerei. Leih doch, hey, du, für dein Esel, du, für bring uns Spielgezei. Leih doch, hey, du, für dein Esel, du, für bring uns Spielgezei. Ha, Lizzie, die Gläschen wird alles bestimmt gehirrt. Merci, Kanne, das reicht so gut geholt. So, Martin, ich geh nur der Mama mit Kischelchen weisen. Adi, Kanne, bis ein Jahr nach Keier. Mama, guck mal, ich geh nur die Kischelchen vom Gläschen anschläpp. Mh, das ist die ganze Gute. Hai, Mh, Kanne, und ich geh dir Papa mit Kischelchen weisen. Adi, alle gut, bis ein Jahr nach Keier. Papa, guck mal, ich geh nur die Kischelchen vom Gläschen anschläpp. Mh, das ist die Gute. Hai, Mh, Mh. Du, Hanne, lief dein Maus und Geschichte aus, aus. Du, Hanne, lief dein Maus und Geschichte aus, aus. So, Rigi, los, Geschichte fertig. Oh, Kanne, ich hole die Gläschen gesin' an den Eselchen. Mh, die sieht so lief. So, Rigi, falls du willst, da kannst du ja auch den Schlapp sitzen. Oh, ja, hai, dat mache nicht. Hau den Oven, sitzen nicht, mein Schlapp. Oh, nee. Oh, 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 mir ist auch ja auch kein Schlappen. Ist auch schon. Oh, kann ich auch mein Schau sitzen? Ja, Rigi, dat geht doch. Mein Gläschen kann in entweder den Schlapp sitzen oder den Schlapp. Ah, da sind nicht froh. Kanne, sitzt ihr hoch den Oven, der Schlapp. Oder ihre Schlapp. Ja, da gibt den Gläschen. Ah, da schein' ich freu mich. Ädi, Kanne, bis ein Gernake, ja. Ädi, Kanne. Annes wünschen ich auch alle Gute. Ich ganz scheint die Klostersfest. Ja, ädi, alle Gute. Bis ein Gernake, ja. Ja, ädi, 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 ädi,